Servus Leute! Servus! Wir sind schon mal vorgeportet hier, um euch den langen Weg zu ersparen. Wir gehen jetzt in der Hauptgeschoss weiter. Hör auf, wie der Scheiß! Wir haben rausgehört, dass der Nahkampfangriff das Auto rumflippen kann. Ich muss gerade schauen, wie ich am besten fahre. Das soll nicht. Wir gehen jetzt in diesem Sniper-Nest und uns das mal hingeweiht und uns nicht so richtig gepackt haben. Wir sind immer mit neuen Waffen bestückt und mit neuer Zuversicht. Wir sind immer schon geradeaus. Ja, wir können ja nicht viel weiter gehen. Irgendwie kann man das Ding aufmachen, aber ich weiß nicht mehr, wie viel geht es erst später? Das weiß keiner. So, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Ja, bin dabei. Alvin, er laufst du richtig langsam, wenn du sprittest. Ich weiß, fällt mir auch gerade auf. Richtig brutal. Brutal. Reicht das? Hütterst du auf die Stille. Alter, ich hab das schon geschült weg. Die Schütze vorte dauert. Okay, das geht verdammt schnell. Ich nehme die Linke gerade. Nachladen dauert aber ewig. Ihr seid nicht. Ihr seid uns beide auf eine Erspunker sind. Richtig Spack. Mach mal dafür bei der Rechten. Wie schon die Hälfte weg. Manche betrifft ihr nicht richtig. Das Ding, das ist so eine hohe Präzision. Okay. Ja, nein, ist einfach noch. Nice. Loll. Das ist einfach genial, wie ihr das Schild wegnimmt. Da hinten, eins ist das schon nochmal eins. Warte mal. Und zwar, ich zeig dir was ich. Sonst wir ein bisschen hier rechts gehen. Das war da oben irgendwo. Wo da hinten. Wollen wir aufpassen. Oh, hier um den Gast ist mich gleich auch noch erwischt. Da sind wir auch noch mal. Mein Typ tut wo oben. Ein perfekter, wieder die Lachen haben. Sie ist immer noch nicht. Doch, 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 ich halte mal. Ich schieße gerade ab. Ich sehe ein bisschen mehr aus. ich bin das ist sicherlich für uns dann muss er bald 25 arbeit wird er ist jetzt drauf ich mache es lieber gleich ganz gut vor der neuen noch mal eine frau sitzt er hat das mal lieb gekillt ich weiß nicht mehr wieviel es hat scheiß auf die tippen da unten ich hab's diese manche mit unseren billigen waffen schon down kriegen die können ja nix schweizend 20 bis dahin mit dem linkst du also wie ein regelbogen ausgeraust rot grün und blau soll ich weitergehen war noch nicht für mich ist noch klien kommt es gehen wir schon mal wenn wir hier sind so wie ich erwartet wird gewandt die weiterentwickelt doch wurscht ich habe etwas getroffen wie es anschauen was es ist aus dem 1000 erfahrungspunkt die hat für das kicke schläger ich habe einen steiger hat der job zwar nicht blau es hat bessere kanate ist und ich habe aber eins hat er wird ja um ist da schon ein schläger da gibt es 800 irgendwas kommt wird das ist schon was gebracht ich bin schon bei schläger stand noch ich habe mir das halbe leben und wir können einfach weitergehen gehen die jahre in der schuss aus dem witz ja wöchel auch kurz zu zweit weg schweizend was Prozent Prozent Schnellreisestation da vorne Kurs hoffentlich der Schmerz geht und rückschraubst gibt sie nicht wird würden alles laufen in der Tür das andere müssen links rum das falsche Richtung und zum Gegner nicht töten so für sich tötige Knapp reißen gekauft so ich schaue kurz die Quest hier verteilt sind wir knapp her okay machen wir erstmal die anderen quests er braucht was zu essen da muss man hier rüber mit dem spagetti fleisch in dosen sammeln okay wie wahre helden italienische helden aber hält dosen spagetti also zu jeder die erste dosen spagetti und das geldfleisch spagetti ich spreche ich habe hier das spagetti weiß es nicht ich glaube die königke gibt es hier nichts mehr und das war auch schon wieder das können leider nichts betrügen ist ja ich soll es können diese xp geben so sicher vollkürzend ist es bei der hinsicht diese zu kühlen eigentlich nur schrott das karten stohle so kriegt ihn gerade nicht gedamaged auf den kopf schießt man sich auf den kopf schießen sich auch schnell dauern gelten schon dabei die 60 prozent damals erste das ist etwas wichtiges sagen nichts und das war drei typen jetzt bewacht einfach ein scheißdreck also ein falscher es gibt es da oben ist ich weiß nicht wie ich das haben will schon mehr ich hatte das ist nicht auch noch aufgestellt wird ich habe auch schon zwei wird auf den wenn ich auch hier einfach mal hoch ich habe es doch hoch dass ich auch das weiß noch da ist das mitgeben zumal schock da rausholen hatte 2.000 scheiß alle auf dein leben alles schön und ich habe mich untergeschobt ich bin untergefallen ich komme im facebook auf die karte ist dafür die jeder voll schnell das klappt stoffen bleibt also mit dem system wir haben wir bis zu 42 oder faktische gerade die partner bis zu 42 in der tablette haben haben wir also schon wachsum bereich wir haben 24 an 42 nein es ist wieder auf die kiste geschossen die explodiert ein ppc part hat immer das ist ja schon die was gehabt also wie viel geld hat 58 dollar hat das die dosen sind hier umgeverteilt ich werde nicht genau angezeigt das reparatur geht holen noch mal die dose oder kommen quite ein paar angerannt das ist schon mal die dosen einer scheine aber noch mal die dose ja das ist aber gedacht ich würde schon mal die nächsten gegner muss man auch eine große sein es gibt es nach toten von der Maus und wo es existiert und Schläger bauen und in hier und dann mit Schläger hier ist ein hebel ich kann ich glaube ich denke ich werde ich denke nicht weder wird es so außerhalb als wir uns einsperren können das muss man achten zu haben hat wieder einen luftgejagten gerade haben wir auch scheiße ich bin schlecht vielleicht ein schläger danken gleich dabei ab 20 prozent da war irgendwo noch er da schon das wird da ein einziges nicht scheiß war für auch vor allem das was ist das river das ist der typ die wir gekämpft haben ja scheiße bleibt was nicht mal so scheiße doch der kacke schlechter probiert wir haben aber der 4.000 ist wiedergegeben das war gut genug so jetzt kann man es nachher weg schnacken da war schon der waffenkästiger ich wieder voll übersehen ich habe zu beworfen drin obwohl ich ja auch schon 25 sind was zu kochen also gleich das so weit weg von so gut ist das soldat die stadt scheiße müssen noch mal zurücklaufen weil da haben wir dieses kapitel kaputt ich habe ich mir schnell etwas blaues rum das sieht so langsam haben wir gelder auf das ist die automatische abwechslung jetzt wird es noch nicht dran kommen jetzt wird es klappt darüber und solltet den abholen sind drin mit upgrade noch mal drei neue frei was hier und sagt ja wo stehen gesagt der bringt das war irgendwas der rechte waffenkiste scheiße hat der letzte mal die wand gefickt hat uns auch eine waffenkiste aufgemacht die schrubst gut den effekt möglich dran fahrgäten den die wand umschlossen wollen wir hatten hier noch ein quest ich habe nur was ich gerade gemacht habe alle geil als wir diesen typ gehielt hat den river haben wir automatisch eine mission geschafft im wendem aber ich muss kurz was gucken irgendwo aus zu sehen aktiviert was ich gar nicht aktivieren wollte deine mit upgrade waffen sind auch da und der rest auch aber irgendwie ach passt schon ich glaube schon mal wieder zurück hier da ist viel geld versehen so bist du schon hinter mir da ja ja facewalk style ist schon fast da so wird es schnell gelaufen gewesen chrome getötet zwerg chrome google chrome endlich ich verkaufe ich habe zwei jahre seltene tolle sachen das ist die eine die shotgun macht er echt nur 7 x 51 der bloß der elementage hast ich glaube es ist gut bei dem ich weiß nicht ob es einen elementar effekt bringt im vergleich zu der anderen shotgun müsste haben aber ich will sie nicht ich habe gerade zwei schilder aufgesammelt verkauf sie einfach mal ich habe schon einiges besser die kanaten sind auch besser bei den kräften sollten wir tun als nur explodieren verbessere sie noch heute mit einem neuen mood also ich habe alles auf lila schon gekauft von den upgrades das geht ich habe gerade noch granaten so bei mir ist auch alles lila oh das sieht nice aus das hat sich gerade gekauft sorry aber der hat ein schild da ne 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 feuerfliege class mod ich würde gerne schild kaufen ja aber nicht class mods wieso denn class mods shields da gibt es nämlich viel bessere shields als das was ich habe Entzündungsschadenfunken sind Phönixskill und Diva-Skill Ich hatte das Ich habe aber 116.000 Sieht ganz nice aus Was 116.000? Der Der Sirenen-Skill wurde dran Zwei Stück Sturmklasse hat man auch mal, plus was die Elektrische an, plus zwei Strahlen-Skill Plus zwei Maluskill, plus drei Entschlossenheits-Skill Sind zwei, und jetzt sogar, glaube ich, ziemlich ähnlich Wo kann ich denn aktivieren? M Ne, I Einfach hier Ach, mein jetziger ist auch geil Dann laufen wir einfach weiter Ne, warte, ich kaufe ein Schild Meinst du, steig noch ganz gut Das macht halt 200 200 Kapazität mehr, weißt du Das lohnt sich Lecker, voll wenig Ich glaube, die haben jetzt ja... Wie gehen die damit? Wie sind die 24, Alter? Das ist ja voller Witz Die sind halt viel stärker Ja, das macht doch größer So, das habe ich ein wesentlich größeres Schild und ist gleich viel viel schneller nach Das ist gut Slow HP Schlau HP Aber Sagt wer Ich wusste nicht Ich habe in dem Moment ein Level ab So ein... Nicht mal ein ganzer Dinger fehlt noch Da habe ich mir fehlt noch Ein Viertel von diesem Ding Drei Viertel Ach, guck sie, ob die falsche Schuhe von sich hat Das ist mir die Kette, ich habe echt geklappt Hinter dir, Psychopath Alter, ich bin so kurz vor der Level ab Hast du eine Mission abgeben oder so? Oder gibt es denn eine Gegend was zu tun? Ja, wir machen doch gleich eine Mission Ach, Chrom? Ja Okay Chromischen Endpost, den kennen wir noch nicht Oder soll es überhaupt ein Endpost sein? Das kann nicht Weil wenn Chrom betötet und dran steht dann wahrscheinlich schon Eine Art, wenn ich geläufe Oh nein Das springt mir einfach mal an Und ich krieg den Kill Ich weiß nicht Gleichs Level Mais Das ist großartig! Was ist das? Irgendwas großartiges anscheinend Ich war ja schon sechs am Lotto Im Pandora Lotto Jetzt fehlt mir ganz wenig Ah, hinter uns Das Viertel Wo müssen wir jetzt hin? Ich wollte es nicht, wo wir eingriffen werden Nach unten vielleicht Von oben Von oben Hilfig Da haben wir eingriffen Ich komme aber nicht hoch Ja, ich weiß, wir müssen Ah, wir können hier nicht weiter Da ist man unten weiter Wahrscheinlich Da sind auch ein paar Typen Und unten Auch erstmal die oben killen Nein, dann halt nicht Da kann ich ja nicht hin Doch, es ist einfach Oh ja, wir haben einen Schläger Oh ja, wir haben einen Schläger Ja, wir sind geradeaus weiter Da kann man gar nicht hoch Da kann man gar nicht hoch Zeigt mal die Map zumindest Ah, das wäre eine Katze bei mir War die auch? Ja, bitte nicht schießen Kromer einfach klepp-jopp getötet Arschloch Hat der gerade eine Pistole gemacht mit seinen Fingern, dann hat er einen Daumen gezeigt Pistole, 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 Pistole Ich weiß nicht, wenn es so klappte, dann wäre ich schon nur Aber man schießt auf mich Das ist mehr wohl Das ist mehr wohl Das ist da oben eine geschützte Ich habe den erstmal wieder töten Ja, der hat doch auch Aber Nächste Klemme Nächste Klemme Okay Ich mache mir schnell ein neues Ding Schläger Okay, jetzt Geld Wie ist es so rumschreien Wie ist es so rumschreien Wie ist es so rumschreien Oh, one shot Ja Ja Die sind niedriger Die sind 24er Also das ist eigentlich schon niedriger als das Ja, wir sind schon wieder höher Das auch Waffenkirchsteh 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 Das ist nichts wert What the fuck Oh, Hilfe 쓰� manufactured Das本当 ist das Wiper Und Das macht ja W Mann Ja, wir haben Doll girlfriend Waffenkirchsteh Waffenkirchsteh Und das kann ja viel Das gestern Oder Die Waffenkirchsteh Ja Sie energie erschöpft so schnell aufladen scheiße wieso wir ins facebook eingetan ich habe jetzt mal so easy wanted chrome typen anlockt gesucht Co sehen wir da und das kann man schluss aber es war das das seltene Waffe die kann halt echt nix mit 23 10.000 wird es kann schauen von mir aus aber auch 10.000 kaufe ich sie immer das ist wie erst mit klick und zwei aber das gute sagt mit dem mit der kamera ja weißt du ich kann nicht überall sehen das ist eigentlich großartig ich meine auch beim scheißen und so sagt es gut doch nicht ich habe mich tot oder er ist nicht zu reparieren er mit auch nicht und wenn dann schon wir können unterfliehen ich bin ja ich wollte nur mal dass ich zurückkommen was ich da bin das dauert noch eine weile es war nur ein einziger das man sieht die weiten noch abstand hat zum ziel einfach an die schnell reichsstation gehen und nach dem heben und teleportieren vielleicht vor mir überhaupt ja schnell nach dem heben was ist dann so was haben die vieles erfahrungen es gibt ich denke wahrscheinlich noch mal fast ein halbes level halbes level ja okay es wird ein drittel ne ich alle drei wir haben drei mission abgeschossen ja gut ein drittel kommt hin jedes zehn prozent ist auf dem haupten sind immer schön viel aber das ist gleich was doch mehr haben wir was zu abgeben da hinten ha auf den kisten aus dem leben für level 13 und 15 die alle nix können und alle nix wert sind weiter vor ist großartig so ein witz sind der neue erde gab es ja viel level weil ich habe dort 15 Prozent wirklich schon seitdem 2 so zu präsentiert schluss auf dem auskauf so spüße ein xp hinter dir hinter dir aber auch mal ruhig das war bei ihm das steht zu weit nur durch die Stauber wenn wir genau rechts so dass gab es ein bisschen was und er hat sich über 30 Prozent fest der Hitlerbauer schau mal ich weiß nicht wie man immer was willst du bis zu ihm und zwar war ich aber etwas anders aus etwas sollte nur die die zu wie die die steile drohe des christelmech der und nur so und jetzt gibt es noch den meistens doch was eingesammelt scheiße glas modus da lag darum ist es kann der level 22 jäger haben wir einen jäger ja bringt ihm aber nix wäre aber ganz cool gewesen plus 50 prozent ihm genauigkeit raubtierskill raubvogelskill und fokus also